Nämlich ist der Fuchs da gewesen und hat die ganzen Hühner geholt. Er hat sich morgens zwischen 8 und 13 Uhr in den Hühnerauslauf gebuddelt, unterm Zaun her. Wir haben das gemerkt, als wir was auf den Kompost bringen wollten und uns dann von den Naturbrutküken zwei außerhalb des Geheges entgegen kamen. Da wussten wir schon, irgendwas stimmt nicht. Und als wir dann reingegangen sind, lagen überall Federhaufen rum. Wir haben dann einen hellen Hahn von den Naturbrutküken, eine Bahnefelderin, nämlich Ronja, gefunden und unseren lieben, treuen Sohahn. Fünf andere Hühner konnten wir leider nicht mehr wiederfinden, die hat der Fuchs wahrscheinlich schon mitgenommen. Darunter war die Glucke, nämlich Mystique, das Bahnefelder Küken von ihr, dann Nova, das Bielefelder Küken, was sie Anfang des Jahres ausgebrütet hat, Tina, das Sulmthaler Bielefelder Mischlingsküken von letztem Jahr und Weizencreme, unsere Sulmthaler Henne. Geblieben sind uns jetzt noch sechs von acht Naturbrutküken, die gelbe Bielefelderin Nala, die rote Bahnefelderin Rita und vier gesunde Marans Kunstbrutküken. Brutküken.